Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Philoerby, euer digitaler Wegbegleiter zum Abitur in Philosophie und Ethik. In dieser Ausgabe von Philoerby widmen wir uns einer neuen philosophischen Disziplin, nämlich der Wissenschaftstheorie. Die Wissenschaftstheorie ist ein Zweig der Philosophie, der sich mit den Grundlagen, Methoden und Auswirkungen der Wissenschaft befasst. Die zentralen Fragen dieser Disziplin betreffen die Frage, was eigentlich als Wissenschaft gilt, die Verlässlichkeit wissenschaftlicher Theorien und der Zweck von Wissenschaft. Beginnen werden wir in der heutigen Ausgabe mit der Rekonstruktion einer wissenschaftstheoretischen Position, die für sich beansprucht, eine Antwort auf die Frage zu geben, wie wir in den Naturwissenschaften zu objektiv gesicherten Erkenntnissen gelangen. Es geht um den logischen Empirismus, der manchmal auch als logischer Positivismus oder Neopositivismus bezeichnet wird. Diese Position werden wir anhand eines seiner Hauptvertreter rekonstruieren. Es geht um den aus Wuppertal stammenden Philosophen Rudolf Karnab und seinen Essay »Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse von Sprache« aus dem Jahre 1931. Bevor es aber losgeht, findet ihr wie gewohnt auf der kommenden Folie eine Kapitelübersicht. Viel Spaß also mit Rudolf Karnab, dem logischen Empirismus und Philoheby. Diese Ausgabe von Philoheby umfasst dieses Mal zehn Kapitel. Wir beginnen im ersten Kapitel mit der Vorstellung des logischen Empirismus, bevor im zweiten Kapitel das Anliegen des logischen Empirismus dargestellt wird, nämlich die Überwindung der Metaphysik. In Kapitel 3 widmen wir uns der Bedeutung eines Wortes, in Kapitel 4 erläutern wir dann die Bedeutung eines Wortes am Beispiel »babig« und legen in Kapitel 5 dar, inwiefern metaphysische Wörter laut Karnab ohne Bedeutung seien. Im sechsten Kapitel beschäftigen wir uns dann mit dem Sinn von Sätzen, im siebten Kapitel mit wissenschaftlichen Aussagen und im achten Kapitel geht es um die Frage, was eigentlich die Aufgabe der Philosophie laut Karnab sei. Im vorletzten Kapitel fassen wir dann die wesentlichen Ergebnisse noch einmal zusammen und stellen im zehnten und letzten Kapitel dar, was du nach Studium dieses Videos können solltest. Du findest wie gewohnt hinter jedem Kapitel die entsprechenden Foliennummern. Diese stehen immer unten auf der Seite und dienen dir zur Orientierung. Solltest du mit einem bestimmten Kapitel bereits vertraut sein, dann überspring dieses einfach. Die Sprungmarken im Video bringen dich dann zu deinem Ziel. Das Programm des logischen Empirismus entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts und steht im engen Zusammenhang mit der Neubegründung einer mit Symbolen arbeitenden modernen Logik. Als Begründer dieser neuen Logik, welche die seit Aristoteles gültige Logik ablöste, gelten unter anderem der deutsche Philosoph und Mathematiker Gottlob Frege sowie der britische Mathematiker und Philosoph Bertrand Russell. Zeitlich gesehen befinden wir uns um die Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert. Die mit dieser Neubegründung der Logik einhergehende Hoffnung bestand in den Augen einiger Philosophen darin, in Anlehnung an die Physik und auf Basis einer auf logischen Gesetzen formalisierten Sprache wissenschaftlich fundierte und fortschrittgenerierende philosophische Analysen anzufertigen, anhand derer dann philosophische Probleme geklärt werden können, beziehungsweise sinnlose Begriffe und Aussagen aus dem Reich der Wissenschaft und damit auch aus der Philosophie verbannen zu können. Und genau hier knüpft der logische Empirismus des Wiener Kreises an. Der Wiener Kreis war eine Gruppe von Philosophen, Mathematikern, Natur- und Geisteswissenschaftlern, die sich in den Jahren 1924 bis 1936 regelmäßig in Wien trafen, um basierend auf ihrer wissenschaftlichen Weltsicht eine auf Logik basierende Wissenschaftstheorie zu entwickeln. Leitwissenschaften, an denen man sich orientierte, waren die Mathematik und Physik. Weil die Vertreter dieser wissenschaftstheoretischen Strömung eine empiristisch ausgerichtete wissenschaftliche Weltauffassung vertraten und mithilfe der modernen Logik in erster Linie Sprachanalyse betrieben, um die Metaphysik zu überwinden, nannte man sie logischen Empirismus. Als einer seiner Hauptvertreter galt damals neben anderen der deutsche Philosoph Rudolf Karnab. Schon zu Beginn seines Essays Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse von Sprache aus dem Jahre 1931 machte er deutlich, worum es ihm ging, nämlich um die Überwindung der Metaphysik durch die logische Analyse bzw. durch sprachanalytische Dekonstruktion metaphysischer Aussagen. Denn, so schreibt er, auf dem Gebiet der Metaphysik, einschließlich aller Wertphilosophie und Normwissenschaft, führt die logische Analyse zu dem negativen Ergebnis, dass die vorgeblichen Sätze dieses Gebietes gänzlich sinnlos sind. Wenn es um metaphysische Fragen geht, so geht es um das über das empirisch Wahrnehmbare hinaus und damit auch um das über die natürliche Welt hinausgehende. Es geht zum Beispiel um die Frage nach der Existenz Gottes, dem Leben nach dem Tod oder die Seele. Dinge, die wir nicht unmittelbar mit unseren Sinnen begreifen können. Es geht oft um die sogenannten letzten Fragen und die empirischen Wissenschaften respektive Naturwissenschaften, können mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln keine Antworten auf diese Fragen geben. Brauchen sie aber auch nicht, denn auf sinnlose Aussagen und Fragen kann man kaum sinnvoll reagieren, so Carnap. Und ihr habt richtig gelesen, nicht nur metaphysische Aussagen empfindet Carnap als sinnlos, sondern auch Fragen aus dem Bereich der Ethik, wo es um Werte und Normen geht. Denn, so schreibt er an späterer Stelle seines Essays, Die objektive Gültigkeit eines Wertes oder einer Norm kann ja auch nach Auffassung der Wertphilosophen nicht empirisch verifiziert, also bestätigt, oder aus empirischen Sätzen deduziert, abgeleitet werden. Sie kann daher überhaupt nicht durch einen sinnvollen Satz ausgesprochen werden. Wenn Carnap von sinnlos spricht, meint er sinnlos im strengsten Sinn. Und im strengen Sinne sinnlos ist eine Wortreihe, die innerhalb einer bestimmten vorgegebenen Sprache gar keinen Satz bildet. Unsere These behauptet nun, dass die angeblichen Sätze der Metaphysik sich durch logische Analyse als Scheinsätze enthüllen. Und zwar glaubt Carnap zwei Arten von Scheinsätzen ausfindig machen zu können. Entweder kommt ein Wort vor, von dem man nur irrtümlich annimmt, dass es eine Bedeutung habe, oder die vorkommenden Wörter haben zwar Bedeutungen, sind aber in syntaxwidriger Weise zusammengestellt, sodass sie keinen Sinn ergeben. An späterer Stelle wird Carnap uns auch konkrete Beispiele für seine Thesen liefern. Zunächst aber beantwortet Carnap eine Frage, dessen Beantwortung das Fundament seines logischen Empirismus darstellt, nämlich, worin besteht eigentlich die Bedeutung eines Wortes? Nur wenn ich die Kriterien benennen kann, die einem Wort seine Bedeutung geben, nur dann kann ich anhand dieser Kriterien beurteilen, ob ein Wort sinnlos ist. Wie stellt man also die Bedeutung eines Wortes fest? Nun, erstens muss die Syntax des Wortes festliegen, das heißt, die Art seines Auftretens in der einfachsten Satzform, in der es vorkommen kann. Wir nennen diese Satzform seinen Elementarsatz. Die elementare Satzform für das Wort Stein ist zum Beispiel, x ist ein Stein. In Sätzen dieser Form steht anstelle von x irgendeine Bezeichnung aus der Kategorie der Dinge, zum Beispiel dieser Diamant, dieser Apfel, etc. Was bedeutet das nun? Nun, die Bedeutung eines Wortes ergibt sich unter anderem aus der Syntax. Konkret? Es muss die Syntax des verwendeten Wortes feststehen, also der Satzbau und die Regeln, die bestimmen, wie innerhalb eines Satzes das Wort bzw. das Satzzeichen in Verbindung bzw. zu anderen Satzzeichen stehen oder eben nicht stehen kann. Die einfachste Form eines Satzes ist dabei der sogenannte Elementarsatz, wie zum Beispiel, der Diamant ist ein Stein. Der bestimmte Artikel der kann beispielsweise nur in Kombination mit einem männlichen Substantiv gemeinsam auftreten und muss diesem unmittelbar vorstehen. An anderer Stelle hätte der Artikel in diesem Satz keinen Sinn. Es ist also die Syntax, welches die Positionierung eines Wortes festlegt und damit die Bedeutung eines Wortes mitbestimmt. Anstelle des Begriffs Elementarsatz liest man übrigens häufig auch das Wort Protokollsatz. Sie sollen, wie gerade schon erwähnt, die einfachsten erkennbaren Sachverhalte beschreiben und die unmittelbaren Erlebnisinhalte bezeichnen. Sie sind das Resultat beobachteter Sachverhalte, die quasi zu Protokoll gegeben werden. Diese Sätze sind im logischen Empirismus von großer Bedeutsamkeit, denn solche Sätze sollen als Grundlage für alle übrigen Sätze der Wissenschaft gelten, da sie angeblich selbst nicht der weiteren Überprüfung bedürfen. Und da alle Sätze der Wissenschaft auf solchen Sätzen aufbauen, können andersherum alle und seien es noch so komplexe wissenschaftliche Aussagen auf Protokollsätze zurückgeführt und reduziert werden. Wir werden uns gleich noch mit der Ableitbarkeit von Begriffen und Sätzen beschäftigen. Spätestens hier wird dann deutlich, was damit gemeint ist. Doch zunächst gibt es noch ein Zweitens. Carnap schreibt, zweitens muss für den Elementarsatz S des betreffenden Wortes die Antwort auf folgende Frage gegeben sein, die wir in verschiedener Weise formulieren können. Erstens, aus was für Sätzen ist S ableitbar und welche Sätze sind aus S ableitbar? Zweitens, unter welchen Bedingungen soll S wahr sein und unter welchen falsch? Drittens, wie ist S zu verifizieren? Verifizieren meint bestätigen bzw. empirisch bestätigen. Und viertens, welchen Sinn hat S? Das S steht hier als Variable für einen x-beliebigen Protokoll- bzw. Elementarsatz, wie zum Beispiel das Ding x ist ein Arthropode. Und nur wenn ich die Fragen für diesen Satz beantworten kann, so hat der Satz und die Wörter, die er beinhaltet, eine Bedeutung. An dieser Stelle kommen wir nochmal zu den eben erwähnten Ableitbarkeitsbeziehungen und nehmen nochmals auf, dass wissenschaftliche Aussagen sich auf Protokollsätze reduzieren lassen müssen. Gucken wir uns zum Beispiel die Frage 1 nochmal genauer an. Aus was für Sätzen ist S ableitbar und welche Sätze sind aus S ableitbar? Lassen wir Cannab selbst zu Wort kommen. Bei vielen Wörtern, und zwar bei der überwiegenden Mehrheit aller Wörter der Wissenschaft, ist es möglich, die Bedeutung durch Zurückführung auf andere Wörter anzugeben. Zum Beispiel Hierdurch ist für die elementare Satzform des Wortes Arthropode, nämlich für die Satzform Das Ding x ist ein Arthropode, die vorhin genannte Frage beantwortet. Es ist bestimmt, dass ein Satz dieser Form ableitbar sein soll aus Prämissen von der Form x ist ein Tier, x hat einen gegliederten Körper, x hat gegliederte Extremitäten und x hat eine Körperdecke aus Chitin. Andersherum ist jeder dieser vier Sätze ableitbar aus dem Satz x ist ein Arthropode. Durch diese Bestimmungen über Ableitbarkeit, in anderer Ausdrucksweise über das Wahrheitskriterium, die Verifikationsmethode, den Sinn, des Elementarsatzes über Arthropoden, ist die Bedeutung des Wortes Arthropode festgelegt. In dieser Weise wird jedes Wort der Sprache auf andere Wörter und schließlich auf die in den sogenannten Beobachtungssätzen oder Protokollsätzen vorkommenden Wörter zurückgeführt. Durch diese Zurückführung erhält das Wort seine Bedeutung. Bei denjenigen Wörtern, auf die zurückgeführt werden kann, handelt es sich um sogenannte Grundbegriffe. Grundbegriffe sind diejenigen Begriffe, die erstens nicht weiter durch Definitionen zurückgeführt werden können und die zweitens auf direkt Wahrnehmbares referieren. Beispielsweise gelten Begriffe wie Blau oder Heiß als Grundbegriffe in einem empiristischen Sinn. Sie sind oftmals Bestandteile der Protokollsätze, aus denen dann eine Schlussfolgerung gezogen wird. Für Cannab steht damit fest, dass eine Wortreihe nur dann einen Sinn hat, wenn ihre Ableitbarkeitsbeziehungen aus Protokollsätzen feststehen und ebenso, dass ein Wort nur dann eine Bedeutung hat, wenn die Sätze, in denen es vorkommen kann, auf Protokollsätze zurückführbar sind. Die Bedeutung eines Wortes, so Cannab, ist demnach bestimmt durch sein Kriterium. Der Begriff Kriterium steht hier stellvertretend für die Ableitbarkeitsbeziehungen seines Elementarsatzes, seine Wahrheitsbedingungen, also unter welchen Bedingungen ist der Satz, in dem das Wort vorkommt, wahr, und die Methode seiner Verifikation, sprich die Methode, auf Basis derer man Sätze als sinnvoll und damit als wissenschaftlich charakterisieren kann. Dazu aber auf Folie 13 mehr. Cannab demonstriert im weiteren Verlauf seines Essays die Sinnlosigkeit eines Wortes anhand des Beispiels Babich. Er schreibt, Nehmen wir beispielshalber an, jemand bildet das neue Wort Babich und behaupte, es gibt Dinge, die Babich sind und solche, die nicht Babich sind. Um die Bedeutung dieses Wortes zu erfahren, werden wir ihn nach dem Kriterium fragen. Wie ist im konkreten Fall festzustellen, ob ein bestimmtes Ding Babich ist oder nicht? Mit dieser Frage fragt man nach dem Kriterium. Wenn der Gefragte antwortet, dass es keine empirischen Kennzeichen für die Babichkeit gebe, so kann die Verwendung des Wortes nicht für zulässig gehalten werden, denn, so Cannab, ist kein Kriterium für das neue Wort festgesetzt, so sagen die Sätze, in denen es vorkommt, nichts. Sie sind bloße Scheinsätze. Bei metaphysischen Wörtern ist es wie bei dem Wort Babich. Das Kriterium kann bei diesen Wörtern nicht festgesetzt werden, so dass am Ende diese Wörter ohne Bedeutung sind. Cannab schreibt, Bei vielen Wörtern der Metaphysik zeigt sich nun, dass sie die soeben angegebene Bedingung nicht erfüllen, dass sie also ohne Bedeutung sind. Eines dieser metaphysischen Wörter ist zum Beispiel Gott. Im metaphysischen Sprachgebrauch bezeichnet Gott etwas Überempirisches und damit zugleich etwas, was mit dem Kriterium nicht zu fassen ist. Anders, da die empirischen Kennzeichen dieses Begriffes nicht bekannt sind, erfährt es keinerlei Bedeutung. Auch wenn es manchmal so aussieht, als gäbe man dem Wort Gott eine Bedeutung, so sind die Definitionen, die man aufstellt, nichts anderes als Scheindefinitionen. Sie führen entweder auf logisch unzulässige Wortverbindungen, dazu kommen wir gleich, oder auf andere metaphysische Wörter zurück, zum Beispiel der Urgrund, das Absolute, das Unbedingte, etc. Ähnlich wie mit dem Begriff Gott verhält es sich mit Idee, das Absolute, das Wesen, das Unendliche, etc. Keines dieser Wörter ist empirisch greifbar und damit mit dem Kriterium nicht zu fassen. Es sind Scheinwörter, mit denen nicht mehr gesagt wird als mit Babich. Soviel also zu der Bedeutung bzw. zum Unsinn von Worten. Auf der folgenden Folie gucken wir uns nun an, wie es sich mit dem Sinn von Sätzen verhält. Bis zu dieser Stelle haben wir dargestellt, dass laut Karnab Sätze ohne Bedeutung sind, wenn die Wörter, die in diesen Sätzen vorkommen, keine Bedeutung haben. Genauso gut kann es aber sein, dass obgleich die Wörter in einem Satz eine Bedeutung haben, es sich trotzdem um einen sinnlosen Satz handelt. Karnab gibt zwei Beispiele. 1. Cäsar ist und 2. Cäsar ist eine Primzahl Der Unsinn der beiden Sätze, sagen wir besser Wortreihen, versteht sich nahezu von selbst. Die erste Wortreihe ist schlicht syntaxwidrig gebildet. Es werden Wörter in Verbindung gebracht, die nicht in Verbindung stehen dürften. An der dritten Stelle kann das Bindewort und nicht vorkommen, sondern es müsste ein Artikel mit Substantiv oder ein Adjektiv dort stehen. Zum Beispiel Cäsar ist ein Feldherr, Artikel plus Substantiv oder Cäsar ist stark, Adjektiv. Beim zweiten Beispiel haben wir es ebenfalls mit einer unzulässigen Verbindung von Wörtern zu tun. Beide Wörter haben durchaus Sinn, jedoch ist die inhaltliche Verbindung der beiden Wörter in diesem Fall unzulässig, denn Primzahl ist eine Eigenschaft von Zahlen. Sie kann einer Person weder zu noch abgesprochen werden. Während Wortreihen der ersten Kategorie sehr leicht als sinnlos enttarnt werden können, so ist dies beim zweiten Beispiel schon nicht mehr ganz so leicht. Vor allem dann, wenn die Bedeutungen der Wörter, die verwendet werden, unklar sind, man diese nicht kennt oder man lediglich glaubt, sie zu kennen und zu verstehen, obgleich sie sich nach einer logischen Analyse als sinnlos erweisen. Es ist gerade diese Form von Sätzen, welche metaphysische Aussagen als Sätze tarnen, obgleich es sich laut Carnap lediglich um Scheinsätze handelt, wie zum Beispiel Gott ist das absolute Wesen. Dieser Satz scheint auf den ersten Blick sinnvoll, obgleich drei metaphysische Begriffe verwendet werden, Gott, Absolut, Wesen, die sich allesamt dem empirisch Wahrnehmbaren entziehen und somit laut Carnap völlig bedeutungslos sind. Der Satz ist demnach ein Scheinsatz. Dass solche Scheinsätze überhaupt konstruierbar sind, liegt laut Carnap daran, dass die grammatische Syntax nicht genau der logischen Syntax entspräche. Würde logische und grammatische Syntax übereinstimmen, wäre das Bilden von metaphysischen Scheinsätzen gar nicht erst möglich. Carnap schreibt, wenn unsere These, dass die Sätze der Metaphysik Scheinsätze sind, zu Recht besteht, so würde also in einer logisch korrekt aufgebauten Sprache die Metaphysik gar nicht ausgedrückt werden können. Was aber ist denn dann ein sinnvoller Satz? Bisher haben wir nur dargestellt, was nach Carnap einen sinnlosen Satz darstellt. Nun, laut Carnap gibt es zwei Arten von Sätzen, die sinnvoll sind. Zunächst gibt es Sätze, die schon aufgrund ihrer Form allein wahr sind. Sie entsprechen ungefähr ganz analytischen Urteilen. Folgende Aussage steht beispielhaft für ein analytisches Urteil. Ein Junggeselle ist ein unverheirateter Mann. Bei dieser Aussage ist der Prädikatbegriff unverheirateter Mann bereits in dem Subjekt Junggeselle enthalten. Es wird nichts Neues gesagt. Ich brauche die Empirie nicht, um diese Art der Urteile fällen zu können. Zu dieser Art der Urteile gehören auch die Formen der Logik und Mathematik. Zweitens gibt es die Negate solcher Sätze, sogenannte Kontradiktionen. Sie sind widerspruchsvoll, also aufgrund ihrer Form falsch. Man nehme das Beispiel von gerade eben und mache daraus ein Negat. Kein Junggeselle ist ein unverheirateter Mann. Dieser Satz widerspricht sich, ist aber nicht der Form nach sinnlos, weil er weder Wörter verwendet, die sinnlos wären, noch ist der Syntax widrig, wie zum Beispiel einer der vorherigen Sätze, wie Caesar ist und. Und was ist mit den übrigen Sätzen? Für alle übrigen Sätze liegt die Entscheidung über Wahrheit oder Falschheit in den Protokollsätzen. Sie sind somit wahre oder falsche Erfahrungssätze und gehören zum Bereich der empirischen Wissenschaft. Will man einen Satz bilden, der nicht zu diesen Arten gehört, so wird er automatisch sinnlos. Wenn Karnab von übrigen Sätzen spricht, so meint er, und das ist wichtig, synthetische Sätze, wie wir sie bei Kann schon kennengelernt haben. Bei diesen Sätzen ist der Prädikatbegriff nicht im Subjektbegriff enthalten. Beispiel. Man nehme den Satz, alle Schwäne sind weiß. Dem Subjektbegriff Schwäne wird der Prädikatbegriff weiß zugeordnet. Dabei ist die Eigenschaft weiß nicht schon in der Definition des Begriffes Schwan enthalten. In dem Moment, wo wir dem Subjektbegriff Schwan das Prädikat weiß zuordnen, erweitern wir also unsere Erkenntnis insofern, als dass dem Subjektbegriff Schwan etwas Neues, nämlich die Farbe weiß, hinzugefügt wird, was durch die Erfahrung verbürgt ist. Auf Basis der bisherigen Ausführungen können wir nun darlegen, was wissenschaftliche Aussagen kennzeichnet. Wissenschaftliche Aussagen dürfen lediglich mit Worten operieren, deren empirische Kennzeichen bekannt sind. Am Ende müssen die Wörter, die wir verwenden, mit wahrnehmbaren Phänomenen übereinstimmen. Diese Wörter müssen dann wiederum in sinnvolle Sätze eingebettet werden. Sie dürfen weder syntaxwidrig sein, noch dürfen sie sich aufgrund ihres inhaltlichen Gehaltes als Scheinsätze entlarven. Dabei müssen sie stets die Möglichkeit eröffnen, das Behauptete empirisch nachvollziehen zu können. In seinem Aufsatz »Scheinprobleme der Philosophie« formuliert Carnap es wie folgt. Der Sinn einer Aussage besteht darin, dass sie einen denkbaren, nicht notwendig auch bestehenden, Sachverhalt zum Ausdruck bringt. Bringt eine vermeintliche Aussage keinen denkbaren Sachverhalt zum Ausdruck, so hat sie keinen Sinn. Ist nur scheinbar eine Aussage. Bringt eine Aussage einen Sachverhalt zum Ausdruck, so ist sie jedenfalls sinnvoll. Und zwar ist sie wahr, wenn dieser Sachverhalt besteht, falsch, wenn er nicht besteht. Man kann von einer Aussage schon wissen, ob sie sinnvoll ist, noch bevor man weiß, ob sie wahr oder falsch ist. Enthält eine Aussage nur Begriffe, die schon bekannt und anerkannt sind, so ergibt sich aus diesen ihr Sinn. Enthält dagegen eine Aussage einen neuen Begriff oder einen solchen, dessen Legitimität, also wissenschaftliche Verwendbarkeit, in Frage gestellt wird, so muss angegeben werden, welchen Sinn sie hat. Dazu ist notwendig und hinreichend, dass angegeben wird, in welchen Fällen von zunächst nur gedachter Erfahrung sie wahr heißen soll, nicht wahr ist und in welchen Fällen sie falsch heißen soll. Das Verfahren, mit dem bestimmt werden kann, in welchen Fällen wir synthetische Sätze als sinnvoll und damit als wissenschaftlich charakterisieren können, für analytische Sätze gilt das ja aufgrund der Wortbedeutung der verwendeten Begriffe immer, nennt man Verifikation. Die Verifikation einer empirischen Aussage ist das Resultat einer Überprüfung dieser Aussage mit Hilfe von Beobachtungen beziehungsweise Experimenten. So ist ein synthetischer Satz A genau dann sinnvoll, wenn A aus Beobachtungssätzen logisch ableitbar ist. Beispiel, man nehme den Satz A, es gibt Hunde, die mehr als 25 Kilo wiegen. Synthetisch ist der Satz deswegen, weil das Prädikat 25 Kilo nicht in der Bedeutung des Wortes Hundes drinsteckt. Ein solcher Satz wäre logisch ableitbar aus den folgenden beiden Beobachtungssätzen. Stell dir vor, du triffst einen Nachbarn, der sich neuerdings einen Hund angeschafft hat, der Cosmo heißt. Daraus lässt sich der Beobachtungssatz ableiten, Cosmo ist ein Hund. Du stellst fest, dass es sich bei Cosmo um einen ausgewachsenen, kräftig wirkenden Schäferhund handelt. Und nun sagst du, der scheint aber kräftig zu sein. Daraufhin entgegnet dir der Nachbar, ja, wenn der seine 36 Kilo einmal in Bewegung bringt, dann gibt es kein Halten mehr. Diese Aussage deines Nachbarn lässt den Schluss zu, dass Cosmo offensichtlich 36 Kilo wiegt, vorausgesetzt, dass ein einfacher Test wie das Wiegen des Hundes mit Hilfe einer Waage diese Aussage bestätigen würde. So könnte man folglich den Beobachtungssatz aufstellen, Cosmo wiegt 36 Kilo. Und siehe da, so kann tatsächlich der Satz A mit Hilfe von Beobachtung, einfachen Tests und Experimenten verifiziert werden, indem die Bedeutung des Satzes A aus den Bedeutungen der Protokoll- beziehungsweise Beobachtungssätze 1 und 2 logisch abgeleitet werden. Genau das meint das Prinzip der Verifikation. Verifikation wurde bei vielen logischen Empiristen wie zum Beispiel Moritz Schlick als so etwas wie die endgültige Feststellung der Wahrheit durch Beobachtung verstanden. Dass so etwas aber nicht möglich ist, zeigt das sogenannte Induktionsproblem, welches wir bereits bei David Hume schon kennengelernt haben. Hinter dem Induktionsproblem verbirgt sich die Annahme, dass durch eine begrenzte Anzahl von Beobachtungen es möglich sein soll, allgemeingültige Naturgesetze zu formulieren, die an jedem Ort und zu jeder Zeit gelten. Dies gilt insbesondere für allquantifizierte Sätze, also Sätze, in denen das Wort alle oder jeder in der Form vorkommen, dass damit allgemeingültige Sätze wie alle Schwäne sind weiß ausgedrückt werden können oder alle Gegenstände, die man fallen lässt, bewegen sich zu Boden. Gerade bei den Schwänen wird das Problem besonders schnell deutlich. Wie viele weiße Schwäne wurden gesehen, bevor man festgestellt hat, dass es doch auch andersfarbene Schwäne gibt. So dass man schlussendlich auch, wenn man zigtausend Male nacheinander einen Schwan gesehen hat, der weiß ist, nicht logisch daraus erschließen kann, dass der nächste Schwan auch weiß sein wird. Und so bestätigt letztendlich auch Carnap das Problem mit induktiven Schlüssen. Denn eine endliche Zahl von Beobachtungen eines bestimmten Phänomens XY erlaubt nicht das Schließen auf unendlich viele mögliche Anwendungsfälle, die dann in Form eines allquantifizierten Satzes ausgedrückt werden. Daher schlägt er in seiner Einführung in die Philosophie der Naturwissenschaften vor, auf den Begriff der Verifikation im Sinne der endgültigen Feststellung der Wahrheit zu verzichten und stattdessen den Begriff Bestätigung zu benutzen. Bleibt die Frage nach der Aufgabe der Philosophie. Denn wenn Aussagen der Ethik, Aussagen der Normwissenschaften, Aussagen der Metaphysik als sinnlos gekennzeichnet werden, na, warum betreiben wir denn überhaupt Philosophie? Warum beschäftigen wir uns denn überhaupt mit ethischen und moralischen Problemen? Kannab antwortet mit Blick auf die Frage nach der Aufgabe von Philosophie wie folgt. Was bleibt, sind nicht Sätze, keine Theorie, kein System, sondern nur eine Methode, nämlich die der logischen Analyse. Die Anwendung dieser Methode haben wir in ihrem negativen Gebrauch im Vorstehenden gezeigt. Sie dient hier zur Ausmerzung bedeutungsloser Wörter, sinnloser Scheinsätze. In ihrem positiven Gebrauch dient sie zur Klärung der sinnvollen Begriffe und Sätze, zur logischen Grundlegung der Realwissenschaft und der Mathematik. Folgt man diese Einschätzung und dem Programm des logischen Empirismus, dann ist vieles von dem, was du im Philosophieunterricht machst, also sinnlos. Würdest du das teilen? Wir kommen nun ans Ende dieser Ausgabe von Philogebi und fassen die wesentlichen Ergebnisse nochmal zusammen. Der logische Empirismus beschreibt eine wissenschaftstheoretische Strömung, welche mittels logischer Analyse der Sprache versucht, das Metaphysische zu überwinden und die Philosophie auf ein fundiertes wissenschaftliches Fundament zu stellen. Es hat seinen Ursprung zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Wien und einer seiner Hauptvertreter ist der deutsche Philosoph Rudolf Karnab. Laut Karnab handelt es sich bei metaphysischen Aussagen um Scheinsätze, weil mit der logischen Analyse, der in den Aussagen verwendeten Wörtern gezeigt werden kann, dass sie sinnlos sind. Sinnlos meint, dass entweder ein Wort, von dem man nur irrtümlich annimmt, dass es eine Bedeutung habe, gar keine Bedeutung hat, oder die vorkommenden Wörter haben zwar Bedeutungen, sind aber in Syntax widriger Weise zusammengestellt, sodass sie keinen Sinn ergeben. Laut Karnab hat ein Wort genau dann eine Bedeutung, wenn erstens die empirischen Kennzeichen für ein verwendetes Wort bekannt sind, zweitens feststeht aus, was für Protokollsätzen der Elementarsatz, in dem das verwendete Wort vorkommt, abgeleitet werden kann, drittens die Wahrheitsbedingungen für eine Aussage mit dem verwendeten Wort festliegen und viertens der Weg zur Verifikation von der Aussage bekannt ist. Trifft schließlich eines dieser Bedeutungskriterien zu, so sind alle Kriterien ebenfalls erfüllt. So will es nämlich die sprachlogische Verknüpfung dieser Auswahlkriterien. Ein Wort ohne Bedeutung wäre zum Beispiel das Wort Babich, aber auch Gott. Beides sind Wörter, deren empirische Kennzeichen nicht bekannt sind. Grundsätzlich gilt das laut Carnap für alle Begriffe der Metaphysik, so zum Beispiel auch für Idee, das Absolute oder das Wesen. Für all diese Begriffe gilt, dass man weder für sie selbst noch für Aussagen, in denen diese Wörter vorkommen, angeben kann, wie diese empirisch überprüft werden könnten. Wissenschaftliche beziehungsweise sinnvolle Aussagen sind hingegen dadurch gekennzeichnet, dass sie einen Sachverhalt zum Ausdruck bringen. Dabei ist es irrelevant, ob die Aussage stimmt. Für den Sinn einer Aussage ist es nicht entscheidend, ob sie der Wahrheit entspricht. Es muss lediglich darstellbar sein, wie ein behaupteter Sachverhalt empirisch überprüft beziehungsweise verifiziert werden kann. Unter Verifikation versteht man ein Überprüfungsverfahren zur Bestimmung sinnvoller beziehungsweise wissenschaftlicher synthetischer Sätze. Ein synthetischer Satz A ist genau dann sinnvoll, wenn A aus Beobachtungssätzen logisch ableitbar ist. Verifikation wurde bei vielen logischen Empiristen als so etwas wie die endgültige Feststellung der Wahrheit durch Beobachtung verstanden. Dass so etwas aber nicht möglich ist, zeigt das sogenannte Induktionsproblem. Schon David Hume hatte zeigen können, dass all Aussagen nicht aus Beobachtungen logisch ableitbar sind, weshalb das Verifikationsprinzip spätestens an dieser Stelle auf seine Grenzen stößt. Kernab schlägt genau aus diesem Grund später vor, besser von Bestätigung statt von Verifikation zu sprechen. Nicht dem Prinzip der Verifikation unterliegen dagegen analytische Aussagen, wie ein Junggeselle ist ein unverheirateter Mann. Diese Sätze sind sowohl sinnvoll als auch jenseits der Empirie verifizierbar, da ihre Richtigkeit sich alleine aus der Bedeutung der im Satz verwendeten Wörter ergibt. Schließlich haben wir uns abschließend noch mit der Aufgabe der Philosophie beschäftigt. Was bleibt für die Philosophie übrig, wenn man sich als Realwissenschaft versteht und sie nur noch auf die Sprachanalyse und Logik reduziert? Nun, Cannab versteht die Philosophie als Methode der logischen Analyse, mit dem Ziel einerseits bedeutungslose Wörter und sinnlose Scheinsätze auszumerzen und andererseits die Bedeutung sinnvoller Begriffe und Sätze zu klären. Die Philosophie schafft so das sprachlogische Fundament der Realwissenschaft und der Mathematik. Abschließend zeigen wir dir jetzt nochmal auf, was du nach Studium dieser Folge von Philoobi können solltest. Du kannst erstens den Begriff logischer Empirismus erläutern, zweitens die Kritik an die Metaphysik rekonstruieren, drittens erläutern, wie die Bedeutung eines Wortes festgelegt wird und viertens Kriterien für sinnvolle und sinnlose Sätze benennen. Weiter kannst du fünftens zusammenfassend darstellen, was eine wissenschaftliche Aussage ausmacht, sechstens das Prinzip der Verifikation und die damit einhergehende Problematik erläutern, siebtens die Rolle der Philosophie nach Cannab darlegen und schließlich kannst du achtens Fachwörter wie Protokollsatz, Elementarsatz, Metaphysik und Verifikation erklären und verwenden. Wie du siehst, du kannst wieder jede Menge. Jetzt aber sind wir wirklich am Ende dieses Videos angelangt. Ich danke dir fürs Reinschauen in diese Ausgabe von Philoibi. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen aus dieser Folge. Vielleicht fühlst du dich in deinem Wissen nun bestätigt, vielleicht hast du aber auch etwas Neues gelernt. Sollte dir das Video gefallen haben, dann abonniere doch einfach diesen Kanal und sag bitte weiter, dass es dieses Medium gibt. In der nächsten Ausgabe von Philoibi präsentieren wir dir in gewissermaßen einen Gegenentwurf zur Methode der Verifikation des logischen Empirismus. Es geht nämlich um Karl Popper und sein Werk Logik der Forschung, in welchem er das sogenannte Falsifikationsprinzip vorstellt. Was es damit genau auf sich hat, erfährst du dann in der nächsten Folge. Wir freuen uns, dich dann wieder hier auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Ich bin David und das ist Philoibi, dein digitaler Wegbegleiter zum Abitur in Philosophie und Ethik.